Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Grauen Hobbing-Vlogging heute wieder mal aus Homberg wieder mal. Wo man jemals schön gucken kann. Sympathischer Verein. VSB Homberg empfängt den Sportfreund Lotte gerade. Aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive heraus, sondern auch ernährungs-psychologisch und ähm, ähm, lustig. Ja, Leute, tut gut. Jawohl! Hallo! Herzlichen Dank. Heinz für Homberg. Sehr schön. Ja, weil ich meine, das ist irgendwie, äh, wie sagt man, bei der Mannschaft nicht. Ja, ich glaube, ich glaube aber nicht, wie wir für die hier... Ja, schade. Wir waren eigentlich immer Landesliga und Landesliga. Komm! Aber nur ein Jahr. Nur ein Jahr. Ja, Angriff, guck mal. Oh, blöd. Auf kurze Eck, ja. Auf kurze Eck. Schöne Zeit. Ja. Ja. Du hast mal gesagt, ich korrigiere die Durchsage, zwei nur Lotte am Arsch. Ja. Das sah eigentlich gar nicht aus, als wenn da noch was ansteht. Ja. 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 Halbzeit, zwei nur für Homberg. Sind das Sache, sage ich mal, ja, sehe ich auch so, dass... Ja, gut. Ja. Das kann natürlich mal in, 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 in 50 Jahren teuer. Äh, verboten ist es nicht, äh, ich muss nur... Ja, schein! Ich hab's prophezeit! Ich hab's prophezeit! 3-0! Ja, schön, auch drauf. Ja, wohl. Ich hab's wahr gesagt! Das Problem ist aber, wenn wir uns kontrollieren bei der Rückreise und fragen, wie haben sie sich schon angemeldet? Das kann ich nicht einfach sagen. Dann wird es nicht kontrolliert. Dann wird es nicht kontrolliert. Das ist noch lange. Das sind nur 10 Minuten. Das ist nur 10 Minuten oder so. Na 15. Na 15, das holen sie nicht mehr auf. Das ist einfach eine Salzschale, kein Halbmond, aber egal. Ja, das soll eine Salzschale sein. Ja. In der Tat ist es... ...Vertikalen Islamismus. Da ist auch so etwas wie ein Fremden und ein Fremden-Hass und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel viel weniger diese Einstellung. Okay, der ist jetzt schwarz oder der ist jetzt süß von mir. Enchan 3 zu 1. Dann war auf der Tat, die da sind gut übel. Dann23. Dann23. Die stärken das Hartz. Dann23. Dann24.